Wie versprochen zeige ich euch heute das Lionel Messi Operator Pack in Call of Duty Modern Warfare 2 Vorschau funktioniert noch immer nicht bei allen drei Fußball Operator Packs oder Fußballer Operator Packs ging es nicht und geht auch jetzt immer noch nicht Lionel Messi sollte klar sein, kriegen wir als Operator mit einem Finisher 2400 Call of Duty Points und wir bekommen einmal ein Tuning und ein Skin für die Wasnev 9K, einer der stärksten MPs im Spiel und auch die FSS Hurricane, ich mache hier mal am besten die Kamera weg, damit wir es komplett sehen ich zeige euch mal so ein bisschen die Vorschau, sieht extrem genial aus wie ich finde sehr schöne Farben, sehr dezent, ich mache hier mal die L3 Vorschau und ich muss sagen optisch extrem genial gelungen, wir haben hier ein Pro Tuning für die Wasnev und wir haben ein ausgewogenes Tuning für die FSS Hurricane, sieht auch sehr sehr stark aus wie ich finde und beide Waffen lohnen sich, werden viel gespielt, weil beide MPs wirklich extrem stark sind also man bekommt auf jeden Fall ein bisschen was fürs Geld, wir bekommen noch ein Skin für diesen Panzer wir bekommen einen Waffentalisman, die Nummer 10 für Messi ist klar dann bekommen wir noch einen Waffensticker und dieses Emblem Ladies and Gentlemen, das war es schon wieder von diesem Operator Pack wenn ihr Bock habt, schreibt gerne mal in die Kommentare, welches der drei Packs Pogba, Neymar oder Messi findet ihr am besten habt ihr euch eins zugelegt, ja nein vielleicht das war es schon wieder von mir, wir sehen uns im nächsten Video heute rein, bis zum nächsten Mal, ciao Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.